Botschaft des heiligen Erzernes Michael Anluste Maria 09 April 2022 Volk unseres Königs und Herrn Jesus Christus Ein jeder empfange den Segen, den euch die hochheiligste Dreifaltigkeit sendet. Wenn ihr diesen Ruf mit Glauben und Zerknärstem und demütigen Herzen annehmt, wird dieser Segen für euch alle in eurem Leben spürbar werden. Volk unseres Königs und Herrn Jesus Christus Es ist nicht überraschend, wie ein jeder von euch handelt. Die hochheiligste Dreifaltigkeit kennt alle eure Taten und Werke, sie kennt eure Absichten und was ihr in eurem Herzen tragt. Bleibt als würdige Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus und Kinder unserer Königin und Mutter der Endzeit weiterhin treu. Haltet fest am Glauben, zweifelt nicht und seid standhafte Geschöpfe, die danach streben, das Gute zu tun. Vergleiche Geil 6, 9 bis 10 Wenn die menschlichen Geschöpfe unseren König verschmähen, werden die Katastrophen, die auf sie einstürzen, sie noch stärker treffen. Wir sind eure Beschützer und Wegbegleiter und deshalb muss ich euch als Fürst der himmlischen Herrscharen sagen. Die Geißelung der Menschheit ist umso schlimmer, wegen des Ungehorsams der menschlichen Geschöpfe. Die Naturkatastrophen schlagen mit großer Kraft ein. Einige dieser Katastrophen sind natürlichen Ursprungs, andere wiederum wurden durch den Menschen verursacht, der die Wissenschaft missbraucht, um Böses zu tun. Die Eruptionen der Sonne nehmen zu, bis sie den Menschen zu ersticken drohen und daraufhin wird die Erde erschüttert. Der Krieg wird euch präsentiert als Kampf um Territorien, aber man verschweigt dabei die Tatsache, dass er ein Teil des Plans zur Vorbereitung auf die Ankunft des Antichristen ist. Das Blut einer mächtigen Persönlichkeit wird vergossen und der Krieg breitet sich aus. Wie viele Bwehe, Bwehe, oft 8,13, vernimmt man und wird man noch überall auf der Erde vernehmen, ist dies doch die Zeit der Klagen und der Trauer. Die Mächte begegnen einander mit Waffen und unter diesen sind auch solche, die die Menschheit noch nicht gesehen hat und die sie erstaunen lässt. Wanderndes Volk Dies ist der entscheidende Augenblick. Deshalb habe ich darauf bestanden, dass ihr vorsichtig seid und nicht richtet, LK 6,37 Jene, die bisher vom Gericht Gottes verschont geblieben sind, werden ihrem persönlichen Gericht während der Warnung jedoch nicht entgehen können. Bietet, Volk Gottes, bietet, bereut und seid beharrlich im Glauben. Es ist notwendig, dass ihr bietet. Bietet, Volk Gottes, denn der Scheideweg, an dem die Menschheit steht, hat sich zugespitzt und wird einen schmerzlichen Beigeschmack haben. Bietet, Volk Gottes, ihr müsst dringend für die Länder bieten, die schwer von Beben erschüttert werden. Nährt euren Geist mit der heiligen Eucharistie, seid eins. Wer alleine seinen Weg geht, wird zur Beute der Wölfe. Geliebtes Volk unseres Königs und Herrn Jesus Christus, haltet euch einen Vorrat an Nahrungsmitteln. Möchtet ihr eure Seele retten? Dann lauft entgegen dem Strom der Welt. In diesem Augenblick beten die Kinder unserer Königin und Mutter der Endzeit mit ganzem Herzen. Ich beschütze euch, meine Lieben. Ich segne euch. Heiliger Erzengel Michael A.V.I. Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen A.V.I. Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen A.V.I. Maria, Allerreinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luz de Maria Brüder und Schwestern Da der heilige Erzengel Michael unser Beschützer ist, möchten wir in ihn vertrauen, damit er uns helfe, sicheren Schrittes zu gehen. Die Menschheit schreitet über Treibsand und deshalb müssen wir lernen, den festen Boden zu erkennen, damit wir nicht fallen. Heiliger Erzengel Michael 05. Dezember 2020 Betet, Volk Gottes Betet Ein großer Teil der tektonischen Platten wurde vom Einfluss der Sonne und anderer Himmelskörper, die auf die Erde zu eilen, in Bewegung versetzt. Große unterseeische Vulkane tritten nun zu Tage. Die Allerheiligste Jungfrau Maria 06. Dezember 2018 Die Menschheit leidet weiter unter der Natur. Die Sonne wird durch einen ihrer Sonnenstürme die Kommunikation einreißen lassen und die Verzweiflung des Menschen wird immens sein. Die Allerheiligste Jungfrau Maria 05. Januar 2016 Beten, ja, beten müsst ihr. Bald jedoch müsst ihr alle die warnen, die ignorieren was in dieser Zeit geschieht, denn diese Geschehnisse werden sich mit dem Beginn des Krieges über die ganze Erde ausbreiten und mit dem Krieg hält auch die Barbarei auf der Erde Einzug. Amen.